Wir haben meiner Meinung nach einen Punkt gewonnen und nicht zwei verloren. Leipzig ist als Tabellenzweiter in der Bundesliga in Topform. Gegen so ein Team ist es immer schwer zu spielen, vor allem auswärts. Wir können also zufrieden sein. Ich denke auch, dass es eher ein gewonnener Punkt ist für uns. Wir wussten, dass es schwer wird in Leipzig und dass wir die 0 gehalten haben. Das hat einfach mit Mentalität zu tun und dass wir gut aufgetreten sind. Wir freuen uns über den Punkt. Wenn du gegen solche Mannschaften spielst, ist das immer eine Herausforderung. Viele Leute sehen zu, also will man natürlich glänzen. Deswegen war es besonders schön zu beweisen, wozu wir fähig sind, wenn wir defensiv gut und vor allem zusammenstehen. Wir müssen jetzt wieder anfangen, Tore zu schießen, das ist ganz klar. Aber die 0 zu halten ist vor allem für Verteidiger sehr schön. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir wieder mehr zu Chancen kommen. Ich glaube, wir sind vor allem mental besser da. Nach dem Augsburg-Spiel war klar, dass sich etwas ändern musste und wir haben den Schalter umlegen können. Das merkt man im Training und natürlich auch in den letzten beiden Spielen. Es wird auf jeden Fall ein Kampf spielen werden, aber ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht mehr Chancen haben wie gegen Leipzig oder Leverkusen. Das ist unser Anspruch, dass wir einfach zu mehr Chancen kommen und hoffentlich jetzt auch endlich wieder treffen. Auch wenn sie momentan tabellarisch nicht so gut dastehen, wissen wir um ihre Qualität. Für uns heißt es Vollgas auf die drei Punkte.